ich habe das gesehen dass man damals kaputt gemacht das ist keine falle gewesen das ist ja auch gemein wenn ich auf engsten raum nicht mit mit einer halben armee allein lassen ja nicht der spiel auch recht gut ja gut aber jetzt beide weg da weil er sich angemacht ich weiß noch nicht weil ich zurückrennen muss aber ich glaube überhaupt nicht weit nicht ob das war es gar nicht irgendwie andere wege dahin aber er hat sich jemand angeboten er ja auch relativ einfache gegner sind also ich glaube die sicherheitsprotokolle bestimmt irgendwie hacken kann dann kriege ich jetzt wieder meinen magie kann ich gar nicht mehr zurück oder wie das ist ja gut wenn ja auch hier licht anmachen kann muss ja im sinn haben wenn man es machen sollte macht man ja nicht das macht man hier manche jetzt kein licht am ende damit man hier bleibt muss man sich ja was bei gedacht haben ich bin doch hier habe ich nicht gedrückt gott also wenn ich das weiter mache dann bin ich halt tot ich will jetzt auch keine energie verschwenden war es nur ein treffer und ich bleibe tot also das sind auch keine gegner wo ich sag so hey ja ganz schön viel energie auch schon wieder also hier ist aber nicht viel das ist eine stück nur zurücklaufen wenn wir diese energie dinge auf was anders aufbewahren nicht für für solche dummen fehler zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden und warum nicht brauche ich denn dafür damit die zugangsberechtigung bestätigt werden kann ok du mal ja ja danke ja dass du siehst ist aber heuer damit sie mir eingegreifen mal siehst du es aber ich finde es auch voll dumm gemacht dass du kämpfen kannst weil du siehst mal gar nicht in deftig angreift bei dem siehst du es ja dann springen dann gute idee wenn die kamera nach doof ist hast du ja nicht so begeistert mag ich allgemein keine dunklen gebiete wenn wir alles mit so dass man auch mal alles schön dabei hat ich weiß nicht wie weit ich hab da irgendwie noch gar kein gefühl für ja natürlich kann er mich anschießen während ich ach komm ich hab alles weise irgendwann kann das ding das denn ja und hat er nicht auf dich auf ich verstehe jetzt irgendwie auch nicht hallo ja gut ich glaube auch nicht dass es jetzt so viel war weil guck mal gerade wie schnell wir wieder zusammen also kürze jetzt ja mal endlich war da war das was anderes ich glaube mich jetzt hier mal wo ich ich glaube jetzt hier mal durch so ein paar gegner horden ja als ob mich jetzt nochmal getroffen hat ach komm ich glaube ich habe wirklich du bist auch nicht mehr ich glaube ich auch nicht mehr nicht mehr ja das gibt es auch nicht mehr ich bin soviel ich bin als ich bin kein ja ich gehe heute hier runter die Ah, diem... Nein, weiter mehr. ist jetzt euer ernst, oder? ey, jetzt komm, also ich hab mir jetzt, weil jeder kack ja, weil die müssen wir in die Fresse nein, 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 nein hallo komm doch her, du kack Mistdrohne, ey, tschüss hallo nein wir sollten die anderen doch anvisieren hin hier, nein ja, ja ich stehe dein Ernst, hier toll das Ding, wir kommen ja nicht ran ey, ja wow bin ich halt so dermaßen beschissen nein, ich hab keine Energie mehr, das kann jetzt euer ernst sein hallo ach, wir sind jetzt ein Taktteil ich mach da jetzt durch du bist doch weg soll ich da hinspringen Mensch, warum springst du denn doch mal da hin ja, toll würde ich mir auch ganz gerne mal wieder mit dir richtigen bedanken danke jetzt mach doch ja toll dann auf jeden Fall noch einmal treffen also da ist ja noch ein Ding von denen komm ja genau ja das wollte ich auch irgendwie 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 zu haben da war das jetzt ich bin doch gesprungen ey halt so ich bin oh ja das kann doch nicht sein dennoch trifft er mich oder was ach komm ja ich der ist auch so scheiße hier die haben echt doof hier gemacht ich wollte ja auch noch nicht sein eigentlich aber gut ja junge hallo du haus wenn ich da ist mir die noch mal in die fresse hier beschießt mich auch nicht man ist ein bestürkmal was gemacht hat auch nie gemacht hat er mit eingriffen hat auch einmal schießt er trotzdem fand ich so ein bisschen wir sind wir hatten muss ich ehrlich sagen aber jetzt scheint obwohl wir dann haben wir schon doch noch kein mini super fast gewesen zu sein dass ich gesehen habe guck mal wo ja gut den siehst der gott noch mal aus ja den siehst du ja aus die gott die angreifen aber weil das dann eine dunkle säge ist ist ja gar nichts mehr gut aber man kann man 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 auf jeden fall ist schön ja toll na gut okay das so damit das ding jetzt mal auf weg hört doch gerade nicht ganz so geil für mich ich habe mir aber vorgenommen haben wir hier mal jeden gegner ein bisschen vor zudem immer zu gucken hey das system ist sicher dass es dem sich jetzt benutzt dazu das heißt okay das heißt es hier schon mal ein bisschen warum ich gar nicht durch kann ja und geht das hier nicht die sind die ps service personal okay das verbindungen geschlagen ist aber nicht der wenn er sich aus mit auch nur das was am einfachen was am schnellsten gegner weil ja ja das ist so dumm ist das bestehen kann hallo das sollte ja auch kein problem dann ja was natürlich einen toten gegen haben wir sind wir sind ja immer tote gegnern das mache ich auch mal scheiße ist gerade da sind wir jetzt hier yo 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 was Was? Hm, na danke. Hallo, kann ich mich auch mal treffen? Hallo, ich treffe mich ja neben ihm. Oh, ja. Achso, ich muss... Ah, okay, ich muss unteren ergeben. Ja, ja, natürlich. Also hier gibt es einen Bossgegner, das sollte man vielleicht mal wissen. Hallo. Ich habe ihn damit so... ...aktiviert. Ja gut, dass er ein Bossgegner ist, das wusste ich jetzt nicht. Ja, ja. Dann wäre er aber am intelligentesten. Willkommen, Warren. Das Ding ist nicht mehr im K1, er wat. Ach du ihn, das Ding ist ja nur, ist ja, ist ja, ist ja rein Ding. Das Ding ist nicht mehr im K1, das ist ja scheiße. Das sollten wir vielleicht mal ganz schön ändern. ... 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 Klick ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gut, dann müssen wir jetzt sowieso, wenn da ein Bossfight ist. Und dass ich den nicht so aktiviere. Ja, Leute, wie soll ich den auch aktivieren? Ich bin ja schon vorbeigelaufen. Warum aktivieren wir den jetzt erst? Oder ist das geplant gewesen? Was war das? Hat das einen Sinn, Gabi? Weil dann will ich aber erstmal einen Erwerb auf MK1 machen. Ganz wichtig. Hallo, hallo. Och, Mensch. Brauchen wir noch ein bisschen, ne? Dann brauchen wir jetzt wieder einen Schrott. Gut, das ist jetzt die Geschichte. Ja, und wie? Ja, und wie aktiviere ich das? Ja, das ist ein Zeichen gewesen. Wie, ne? Ich finde es auf jeden Fall toll, dass man auf einmal 6 Halt gegen die Fresse gespuckt kriegt. Also, das ist ein bisschen fehlgehebt, ne? Aber gut. Ah! Ist ja gut. Also, mit 2 findet er schon. Weil es auch irgendwie... Ah! Ja, gut. Dann musst du immer so machen. Ja! Warte! Unter 2 geht ja, ne? Oder 2. Das ist ja... Ja, aber über 2... Ja, aber wenn ich jetzt den auch nicht im Rücken hast, das ist natürlich auch gut. Das ist ein Maul. Mir ist sowieso egal, ob ich... Ja, wenn ich mich jetzt nicht umbringe, das ist mir egal. Weil ich brauche nur... Ah! Danke für diesen Effekt. So, erstmal hier aus MK2 machen. Genau, wir wollen irgendwie um die 1000. Wir gehen mal auf 1000. Wir gehen nochmal. Wir sagen mal 1000 brauchen wir. Aber wenn ich... Ich weiß nicht, mit 100er, aber... Machen wir mal die 1000. Die 1000 sind jetzt auch keine hohe Zahl. Ich habe ihn gehört. Nicht, habe ich nicht gehört, doch. Ich bin da, habe ich auch gehört. Aber der stimmt jetzt auch an mir, ne? Ja, ja. Ich muss jetzt sehr machen. Wenn du einmal nicht aufpasst, ne? Bis du tot. Also... Geil. Wenn ihr keine schönen guten Reflexe habt, dann könnt ihr es vergessen. Und dass ich mir ihn hätte angucken müssen, wie er sich transformiert. Das habe ich da... Das habe ich nicht gewusst. Oder hat mir das Spiel schon gesagt, aber ich hätte ihm auch gemacht, das habe ich einfach bebeilt. Ich weiß aber nicht. Keine Ahnung, weil... Ja, natürlich. Einfach ausfüllen. Ja, aber wenn ich den jetzt umgebracht habe, sollte ich auch mk2, mk1 geweckt haben. Und sollte auch ein bisschen besser gehen, die Löffer. Aber die Seele gefällt mir eigentlich. Die gefällt mir echt. Die ist echt gut. Aber das wäre echt eine schöne... Ich glaube, mit das Beste, was ich mir momentan aus diesem Spiel herausführen kann. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile auch ein Doppel das Beste. Genau. Ja, gut, haben wir ja. Ich glaube, es ist mittlerweile auch das Beste, was man kriegen kann. Was wir jetzt gerade haben. Also für die momentanen Stand natürlich, ne? Das ist, glaube ich, noch das Beste. Ich glaube, alles... Alles andere... Warren. So. Dann. Also, was ich jetzt habe, ist mk1, ne? Ja, und damit haben wir, glaube ich, eine gute Basis geschaffen. Komm jederzeit wieder. Warren. Ich glaube, es ist ja sogar schlauer, wenn wir hier lang gehen. Dann müssen wir uns nicht mit allen rumbrüllen. Ich glaube, es wäre sogar wirklich schlauer. Yo! Ey! Oh, ich kann... Uh, Alter, bin ich stark geworden. Uh, also das ist schon ein Unterschied. Kleiner war am Fahnen, ne. Unterschied. Oh, das war schon krass. Ey, yo, ich muss sagen, der Unterschied ist schon dermaßen. Ich bin doch zurückgesprungen! Ey, es kann doch jetzt nicht sein, dass er mich trotzdem trifft. Wow! Echt! Komm, springe ich aber noch zurück. Ich springe zurück, er trifft mich. Mensch. Hallo, meine. Ah, ja, ist das, das hier, ne? der wieder wird weil ja ja stimmt wir können wir auf die grandiose idee mehrere gehören nein es geht aber besser mein ich will immer noch nicht gewählt aber jetzt dauert es auch noch drei jahr ja was denn ja piep doch jetzt nicht was denn ach komm jetzt ist hier noch eine drohne jetzt plant das ding an zu pieten lange mache es ist einfach es braucht keinen mindest wird nur echt das genau treten yo springt vorbei und ja bitte was äh ja gut leute ich würde sagen dieser postkampf ist dann auch was wir in der nächsten folge machen können dann kann ich ja noch mal was anderes aufnehmen damit habe ich jetzt hier um die acht folgen von der search ach du scheiße okay aber wir haben auf jeden fall viel erreicht na gut wir haben ein bisschen umgerannt ja gut dann machen wir den postkampf und gucken mal wie es weitergeht und hoffen wir ihn irgendwie kriegen den werden wir auch kriegen weil ich erinnere mich nur ganz gern an Sekiro zeug jeder postkampf ist erstmal nicht schaffbar und am ende ich bin die alle irgendwie deswegen haut rein bis nächstes mal tschüss bis bald obwohl wir können ein ne können wir nicht machen wir haben aber keine ipad mehr na gut dann bis dann haut rein tschüss